Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind heute mal wieder in Köln am Start und heute drehen wir den zweiten Teil von der Aufgabenbox, da der erste Teil so gut ankam und es sich einige von euch gewünscht haben. Ja, und vielen Dank für die ganzen Aufgaben, die ihr mir auf Instagram geschrieben habt, die wir heute benutzen werden. Falls ihr noch mal coole Aufgaben für mich habt, schreibt ihr auf jeden Fall in die Kommentare hier auf YouTube oder auf Instagram könnt ihr mir schreiben. Hier ist mein Instagram verlinkt, auch natürlich folgen. Ach ja, und danke an die ganzen Spenden vom letzten Video, Leute. Jetzt habe ich mir endlich ein neues Mikrofon zugelegt und ja, wollen nicht hier rumlabbern und herzlich Spaß mit dem Video. Erstmal, du bist die? Julia. Julia, alles klar. Dann zieh mal ein Kärtchen. Guck, da war eine schon offen. Ich habe nichts gesehen. Okay, ohne zu gucken. Da waren drei Striche drauf. Guck ich nicht. Gucken. Ja. Und lauts vorlesen. Wir haben hier eine Aufgabenbox und da sind Kärtchen drinne. Okay. Du musst eine Karte ziehen und diese Aufgabe machen. Okay. Ja? Ja. Okay. Dann mach mal. Zieh mal eine. Ey, nicht lesen. Okay. Alles klar, dann zieh mal ein Kärtchen. Guck mal. Guck mal. Guck mal, dass ihr was passt. Ich finde, ja, nimm zwei. Nein, einen. Ja. Erzähl mal. Dann würde ich mal sagen, zieh ein Kärtchen. Irgendeinen. Wollt ihr die zusammen machen? Ja. Ja, okay, komm. Zieh mal ein Kärtchen. Genau. Nicht reingucken. Dann machen wir es offen. Okay. Ich gehe am besten ganz links. Ganz links. Ganz links. Ganz links. Nein, ich mach einfach irgendwas. Nein. Doch. Andere links. Nein. Nein, versau mir. Was ist das? Daneben. Egal. Leg das einmal vor. Oh Gott. Du machst mit. Ich mache mit. Zieh ein Kärtchen. Warte. Warte. Ähnlich, guck. Ähnlich, guck. Entschl ballistic. Zieh dein Kärtchen.ёл. Lauts vorlesen. Ja, man. Youtube. Torgiz für Insta-Follower. Jaja, ich werde eben über 70 davon. Nein, nein, nein. Ehrlich nicht. Du bist gerade die Erse, die das ziehen. Ich kann auch für meine eigenen Trunk oder was? Ja. Solange du das kannst. Ich lasse dich da. Ja, okay, ich lasse den Mantel an. Ja, wie du willst. Warte, schon los Kärtchen. Ihr seid der Wahnsinn. Für die Bühne gehört dir. Musik wird eingespielt. Gib dein Bestes. Mache einen Fortnite-Tanz. Boah. Kannst du einen? Die machen immer irgendwie... Mach einfach. Irgendwie diesen oder dies. Okay, das war auf jeden Fall GTA oder so. Ich weiß es nicht. Was kannst du noch? Was kannst du eigentlich? Mache einen Fortnite-Tanz. Klär dir eine Nummer ohne zu sprechen. Ich erkläre es dir kurz. Du gehst zu einem Mädchen hin. Du darfst nicht sprechen. Nichts auf dem Handy zeigen. Nichts hinschreiben. Und du musst ihre Nummer klar machen. Kannst du das? Schaust du das? Versuch, ja. Alles klar. Ja, dann zeig mal her. Was hast du denn da? Lest dir mal vor. Laut vorlesen. Schnick, Schnack, Schnuck. Mit deinem Freund. Verlierer bekommt Nacken. Schnick, Schnack, Schnuck. Bis drei, Jungs. Ihr kennt das Spiel. Verlierer bekommt einen Anklatscher. Habt ihr Bock? Seid ihr bereit? Okay, komm. Zeig deine letzten sieben Bilder aus deinem Handy. Was sehen wir da? Da sehen wir dann Anprobierbilder von mir. Dürfen wir die sehen? Werden die denn aufgenommen? Ja, ja. Oh ne, besser nicht. Ist das echt schlimm? Wenn das jetzt das normale... Ja, das ist dir überlassen. Wenn es schlimm ist, wenn nicht. Wenn das normal ist, okay. Also gut. Twerk für Insta-Follower. Warte, warte, warte. Mache in der Menschenmenge den Donaldo-Jubel. Ich denke mal, der Junge kann was besser. Ja. Versuch einfach. Richtig Anlauf nehmen, als du ein Tor geschossen hast. In die Luft springen. Wie ein NBA-Spieler und dann... You live in Germany? No, we're just visiting tour with the school. Ah! German school subject. Which school? Oranjama school, I didn't know. Ah, Namjama school. Ach, diese. Okay. You don't speak German? A little bit. But not that much. We can introduce ourselves and we understand, but we can't speak that much. Okay, ihr seid sehr schön. Verstanden? Yes. What I say? What I say? Yeah. What are you doing? What are you doing? What are you doing? I'm a loser. Patrick? 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 Oh no. I'm a loser. Hey, what are you currently doing? 2 Hosen, bar some types of hats. A couple of hats we are going to buy. Dösen wir hier diese Sachen sehen, die wir gekauft haben. Ah, so they are just buying. Okay, show us it. What else have you done? So we still have to do this. You want to see the first? Yeah. Darauf wollen wir hinaus. Nicht ich, meine Zuschauer. Boah, das heißt Nacken. Ey, warte, warte. Junge, mach mal alle. Guck mal hin. Mach mal ein bisschen für die Abkühlung. Oh, nee, das zählt nicht. So, Matheaufgabe. Lösungen von meiner Statistik. Meine Hose. Okay, wir zeigen die letzten 7 Bilder. Was hast du da anprobiert? Das ist eine Jacke. Die ist schön. Das ist ein Oberteil mit einer... Ist das ein Rock? Nee, kurze Hose. Nee, aber die hat mir nicht gefallen. Eine normale schwarze Hose. Ich hab nie getworked, aber meinen Willen gerne. Die Show gibt ihr. Alles klar, willst du unter den... Ja, die Show geht mit dir. Okay, ich wollte meinen Arsch sehen. Wie getworked am Versuch ist es wert, ja? Ich hab nicht mal... Zehn Sekunde. Wenn das dein Vater sieht. Machst du das? Du machst das? Du machst das? Ja, bei den Chinesen, ja? Bei den Chinesen, bei den Chinesen. Ja, da. Aber so richtig in der Mitte, in der Mitte. Das ist meine Familie, die macht nichts. Wenn was passiert, mein Vater ist da. Nimm Anlauf, richtig laut. Jagen... Jagen... Ich bin ein Spann, und ich bin ein Spann. Und er könnte die Römer nur noch ein Tod. Jeige... Tsai... Was hab ich gesagt? Du sagst... Ist das Laker? Ist das Laker... Wer sagt euch? Ist es Laker? Ich für die Römer? Ist das Laker? Schacht. Ich bin Laker? Jag bin Laker... Är das Laker? Ich bin Laker. Mir sind... Was? Fuss, Fuss, Fuss. So machen die. Reicht das? Hast du sehr gut hinbekommen. Dein Instagram kannst du gerne erwähnen. Jochfabi. Alles klar, haben wir alle verstanden. Mach mal. Aber 10 Sekunden, ja. Oh mein Gott. Mach das mal. 10 Sekunden. Ja, komm. Die leiten mich dazu. Ist nix besonderes. Nix besonderes? Egal. Ich hab nix trägerloses, weißt du? Ah, trägerloses. Okay, wir haben... Oh, ja. Zwei. Erzähl uns mal darüber was. Ja, die sind halt praktisch, wenn du Oberteile anziehst ohne so schulterfrei. Perfekt. Was ist denn der Größe von? Das wird geschissen. Wenn wir raten. Schreibt doch mal in die Kommentare. Was denkt ihr? Okay, warte, einsaftigen, ja. Komm mal weg. Warte, 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 warte. Man muss das hören. Sag einmal dabei. Das war okay, das war okay. Noch mal. Noch mal. Aha, um die Bahn. Okay, was haben wir da? Von Köln bis nach Sechtim. Wo ist Sechtim? Das ist bei Bornheim. Bei wo? Bei Bornheim. Da lebst du? Ja, mein Freund von da. Ich wollte gerade sagen, wann soll ich dich von Sechtim abholen? Ja. Also dann, wenn du Single bist. Ja, genau. Okay, ich würde mal sagen, du schreibst dann, wenn du Single bist. Ich hole dich von wo? Sechste. Sechste. Hä? Noch nie gehört. Komm. Für die Aktion, dein Instagram und deine. Tamam, alles klar. Folgt ihn, ja. Wer willst du wirklich erwähnen? Ja. Okay, sag mal. Tamam, folgt ihn. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, ich sag nicht. Hier, sag dann. Y, A, S, K, U. Aber einfachbild oder Name, Alter? Okay, okay. A, B, Z, E, F, G. Yasko Punkt 5E165 mit Y. Warte, lass dir bei Begermusik Yasko. Hahaha. Jo, Freunde, das war's mit dem Video. Ja, der zweite Teil von der Aufgabenbox. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und unterhalten können. Wenn ja, hinterlasst doch mal einen Daumen hoch. Ich würde mich freuen. Vergesst nicht zu abonnieren. Das Ganze ist kostenlos. Und vor allem stellt auf jeden Fall die Glocke ein. Aktiviert die Glocke, Leute, damit ihr immer benachrichtigt wird, wenn ich ein Video hochlade und ja. Als nächstes würde die Fragebox kommen. Das wäre der zweite Teil. Wenn ihr das Video sehen wollt und wenn ihr ein paar lustige Fragen habt, die ich benutzen kann, schreibt in die Kommentare hier auf YouTube oder mir auf Instagram. Und ja, das war's von mir. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace.